Hey, meine Raborken, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Roblox. Wir sind in Find The Markers, wir müssen Stifte finden, denn es gab ein fettes Update, das größte bisher ever, da ist jemand anders explodiert, und zwar die Süßigkeiten-Dimension. Denn es gibt jetzt hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, 175 Marker, das heißt, ich denke, 25 zusätzliche Marker sind hier erschienen und wir sind sehr gespannt, wie viel wir in dieser Episode schaffen. Wir gehen mal hier rein und gucken mal, was hier passiert. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und abonniert den Kanal natürlich, wenn ihr keine Roblox-Folge verpassen möchtet. Und da, das scheint ein Tunnel, oh man, darf auf diesem Weg nicht laufen, Mann ey. Was haben wir denn hier? Community Hangout Room, okay. Hier kann man anscheinend, okay, hier sind die verewigt worden, die so Stifte gemalt haben, die reingekommen sind. Die konnte ich anklicken, oder? Nee, doch nicht. Das bewegt es irgendwie, das ist auf, sicher, wenn ich mich auf irgendeinen Stuhl setze, passiert was, oder? Das könnte ich mir doch hier vorstellen. Nein? Oh, ich merke schon, das wird hier, das wird hier schwer heute, ey. Was haben wir hier, ein Lebkuchenhaus? Da ist doch ein Stift. Ah, Lebkuchenstift, der erste Stift, den wir haben. Okay, diese Farben haben auch hundertprozentig was zu bedeuten. Wir kennen doch hier unsere Pappenheimer. Ansonsten war es das, denke ich, erstmal mit dem Raum. Kann ich die anklicken? Nee. Okay, da ist ein Buton, ein Buterinsky. Aber bringt uns erstmal nichts. Okay, weiter geht's. Wir können hier hochklettern, das ist auch kein Zufall. Okay, nee, dann gehen wir hier hoch, hier hoch, hier hoch. Jetzt springen wir hier hoch und da wird doch eine Rutsche sein, die uns da in diesen Kasten führt. Und ich denke, das ist, da müssen wir hin, denke ich. Ja, da müssen wir safe hin. Und da sind wir und wir haben den Marshmallow-Marker. Jawohl, sehr schön. So, das geht auch gut voran, ey. Wir haben schon zwei Butzen. Hier darf man auf jeden Fall nicht rein, weil da fällt man runter. Da ist eine Lücke, da gehen wir mal hin. Was hat denn das hier, Leute? Ah, I see. Oh, Alter. Oh, nicht stören. Und hier sind so Zuckerguss-Todesstamm. Okay, der Sprung ist schwer. Heilige Mutter. Den müssen wir so machen. Alter, der ist schwer, ey. Aber Hammer. Farben. Rot, Blau, Gelb, Grün. Nicht stören, okay. Das heißt, hier kommt man gar nicht sein. Oh, warte mal. Ich denke, hier muss man irgendwas machen. Muss man vorher irgendwelche Tasten drücken oder so. Hier kommt man nicht einfach so lang. Hier ist eine Lücke in der Wand. Bringt uns nichts. Hier ist ein zweiter Button. Bup, gedrückt. Boah, hä, schwer. Der hat das ja überschwer gemacht. Dann schauen wir mal, was es hier oben Schönes gibt. An Scha... Hinweis. Lesen wir. Der erste Hinweis ist etwa... Ist dort, wo es brennt. Es ist ein Stück Shaggert. Also Schach irgendwie oder so. Mach keine riskanten Züge. Das hier ist... Ist das ein Stift in der Mitte? Es hat kein Gesicht. Einfach mal kann ich da rein oder sterbe ich da? Das sieht mir aber stiftmäßig aus so ein bisschen, ne? Das ist doch hier... Da muss... Muss da hier ein Stift? Was ist das? Was ist hier? St. Marcus Chocolate Foundation. Okay, das ist ein Schokoladenspringbrunnen. Mann, ey. Aber trotzdem auch wieder nix, ey. Was ist das hier? Magischer Zaun, wo ich nicht drüber springen kann. Ja, das ist richtig. Geht nicht. Da ist ein Button. Habe ich gesehen. Le bouton. Genau hier. Zack. Mhm. Hier ist auch weiter nichts. Hier ist auch nichts. Da ist auf jeden Fall so ein Kasten. Den kennen wir doch. Wie war das nochmal? Ähm. Wir gehen in die Steuerung. Dann gehen wir auf... Nur zum Bewegen klicken, denke ich war das, oder? Und jetzt irgendwie... Und jetzt kann man hier nicht runterfallen. Aha! Ich kenne doch die Tricks in Roblox. Aha. Ja, ja, ja. Wir nähern uns ihm. Wir nähern uns ihm. Und jetzt... Okay. Falsche Richtung. Müssen doch nach links. Nach links. Und... Hä? Was ist denn das jetzt hier? Es geht nicht weiter. Muss ich springen? Ah, ich musste springen. Aha! Ich habe hier gerade gesehen, hier kann man hochklettern. Also kann man bestimmt da rein. Ah. Man kann es ja eben das Fenster, oder? Doch nicht. Aber man kann vielleicht aufs Dach. Okay. Vielleicht auf dem Dach war es. Das ist aber übelst schwer, das Candyland. Alter Schwede. Okay. Ja, hier muss safe was sein. Man kann ja nicht einfach so aufs Dach. Okay. Man hätte auch viel leichter von hier drauf springen können. Aber... Als ob hier nichts ist. Aber doch da ist ein Button. Boom. Was die mir bringen. Keine Ahnung. Dieser Hinweis. Ich muss irgendwo dahin, wo es brennt. Wo brennt es denn hier im Candyland? Es brennt nirgendwo. Mann. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wo. Ich sehe hier nichts. Hm. Seht ihr noch irgendwo? Warte mal. Da hängt einer. Alter. Hey, das sah gerade ein bisschen weird aus, dass ich da gehangen bin. Oh, das müssen wir uns gleich auch nochmal gucken. Aber ich habe da eindeutig einen... Hey, habe ich den ja schon gedrückt? Ich bin nämlich rejoined. Ah, nee. Denn man kann... Da, 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 da. Ach, da kann man nicht drüber springen. Doch, woll mal. Nee. Wie komme ich an den Rand von oben runterfallen lassen will? Wäre jetzt mal eine Vermutung. Von hier jetzt irgendwie so. Ah, ja. Und jetzt irgendwie... Ja. Likör-Marker. Boom. Jawohl. Aber das hier nichts ist. Kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Aber anscheinend ist hier halt wirklich nichts. Das kommt mir aber alles sehr spanisch verloren. Da zeige ich euch so, wie ich es meine. Ja, das mit diesem Tipp. Vielleicht ist dieser Tipp ja auch bezogen auf etwas außerhalb des Candylandes. Weil nur so könnte ich mir das... Was ist das eigentlich? Die-Button? Warte mal. Hier ist doch... Was ist doch neu? Haben wir... Nee, Flamingo. Den haben wir schon, ja. Nee, war doch nicht neu, verdammt. Aber dieser Death-Button? Ah. Warte, der hat ja irgendeinen Sinn oder weiß ich nicht, ey. Greedy-Marker. Ja, er ist dort, wo das Geld ist. Hm. Wo zum Teufel ist das Geld? Hier ist irgendwo Geld, hä? Ja, safe kann man sich hier noch irgendwo im Wasser fallen. Weil es ist halt noch so eine Vermuteroni, ne? Aber irgendwie hier so rein. Aber warte mal, doch, 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 da war was, da war was, oder? Habe ich das richtig gesehen? Hier brennt es. Hier ist ein Lagerfeuer. Aber das bringt uns Tipp-mäßig jetzt auch nicht wirklich... Warte, der Tipp, das wird sich ja auch alles im Candyland abspielen. Der hat doch jetzt nicht einfach Tipps an anderen Stellen der Map versteckt, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht finden wir ja noch hier außen was. Warte mal, hier haben wir noch nicht geguckt. Hier unten. Ah, okay, guckt mal. Da ist nämlich was. Ansonsten sieht das recht karg aus, sag ich mal. Hier ist auf jeden Fall was und da ist auf jeden Fall was. Unter dem Wasserfall ist nämlich was. Aha. Und was ist das, Leute? Da kann man sich... Ich fall da jedes Mal drauf rein, ne? War das hier? Ne. Warte mal, das war irgendwo aber hier. Kann man hier irgendwo rein? Ne. Und wo war denn das? War das hier in diese Lücke vielleicht reinflubbern? Ne. Boah, das ist schwer. Ich komme nicht weiter. Ich habe noch eine Vermutung, dass man irgendwie von oben, dass man hier in den Fahrstuhl reinkommt. Wisst ihr? Fahrstuhl? Wasserfall, meine ich. Lass das mal noch probieren. Dass man sich quasi hier so... Hör mal. Hier so, jetzt hier so. Nein, ich habe verkackaroniert, verkackaroniert. Ja, man kann in diesen grünen Lollipop rein. Ich bin da einfach gar just verwandt draufgeschmackt. Ich dachte auch mal ausprobieren. Aber dann kann man bestimmt auch in diesen roten rein. Ich sage so, wie es ist. Aber erstmal haben wir hier diese Mission. Machen wir. Na, das ist gar nicht so leicht, ey. Müssen wir es mit Shift-Lock probieren. Aha. Also hier geht es auf jeden Fall nirgendwo rein, Leute. Verdammt, ey. Na, da geht es halt safe rein. Aber was hat das mit diesen Farben zu tun? Gelb, Rot, Blau, Grün. Hm. Gelb, Rot, Blau, Grün. Das sind auf jeden Fall Farben, die es hier gibt. Aber das bringt uns ja jetzt so mal gesehen nicht weiter, ne? Marker deleted auf dem Display. Ich wusste doch, dass das irgendwas hier mit dem Fernseher zu tun hat. Vielleicht kann man nur an eine bestimmte Farbe weiter. Oder man muss hier irgendwas drücken. Hm. Hier ist auf jeden Fall nichts Auffälliges, Leute. Das sage ich euch, wie es ist. Und man kann hier, hier ist irgendwie mal ein Button. Aber den habe ich ja vorhin schon gedrückt. Bringt jetzt aber so gesehen auch nichts. Kann ich hier an einen hochklettern? Das ist irgendwie auch noch so meine Vermutung. Weil da steht bei dem einen Stift, geh aufwärts. Und das ist das Einzige, wo man hier eigentlich aufwärts gehen kann, würde ich mal behaupten. Aber sieht mau aus, Leute. Scheiße. Dann gehen wir mal der Reihe nach, Leute. Greedy Marker. Ist dort zu finden, wo es Geld gibt. Passt mal auf, Leute. Anni, da muss ich zum Spawn. Wie kommen wir am schnellsten zum Spawn? Passt mal auf. Ne, warte. Ich muss nicht zum Spawn. Hier. Seht ihr ihn? Hier. Diese Sau, Alter. Alter Schwede, ey. Das ist ja ganz, ganz schwer zu finden. Das ist ja ganz, ganz schwer zu finden. Die Mutter Mariah. Als wir mit dem Video gestartet sind, ging ich davon aus, dass es nur Marker sind, die auch in dem neuen Gebiet sind. Aber der hat auch Marker hinzugefügt in alten Teilen der Maps. Wie beispielsweise den Error Deleted Marker, den wir jetzt hier finden werden. Denn der ist eigentlich ganz leicht zu finden. Nämlich... Tada. Einfach anspringen. Und du hast den Marker Deleted. Ey, wir haben wirklich so viele, so viele Stifte schon gefunden. Guck dich das mal an, ne? Soon. Okay. Boah, ne? Das sieht schon, das sieht schon mächtig aus, was wir hier alles für Dinger schon gefunden haben, ne? Finde ich sehr, sehr geil. Lass mal direkt in den zweiten Floh gucken, weil... Boah, was ist er denn für einer, ne? Ich kann mich auch an manche gar nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil hier hinten war ja auch so ein, so ein, so ein, so ein, so eine Kante, ne? Aber da konnte man beim letzten Mal nicht durch. Aber okay, hat der anscheinend... Hat der nicht genutzt inzwischen. Hat der, hat er gepatcht. Okay. Old Marker. Schwierigkeit einfach, auf den Regalen. Und da sind wir auch schon, denn ich kann mich eigentlich nur an ein Regal erinnern. Und das war hier drin. Ah! Hallo! Guten Tag, der Herr. Jetzt muss ich nur noch da drauf kommen, Jump'n' Run technisch. Ah, man kann einfach klettern. Der alte Marker. Junge, das, weiß ich nicht, das sieht aber eher aus wie Stein sein Bart. Da muss nochmal, da muss nochmal der Friseur an, der Barbier... Warte mal, da war doch noch einer. Aber das ist der Noob, ne? Den haben wir schon. Warte mal, ich hab doch da gerade was gesehen. Das sah doch verhext aus. Doch nicht? Na okay. Dann haben wir wohl doch nichts gesehen. Machen wir weiter ein Programm. Stifte. Welcher fehlt uns jetzt noch? Der Benstra Marker. Forest Biom. Fall nach unten. Das sieht ja komplett anders aus. Das hat der ja komplett überarbeitet. Das hab ich ja alles ganz anders in Erinnerung. Hab ich den schon? Das sieht ja wild jetzt aus hier. Ah, das ist es, oder? Hi. Den haben wir schon? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, ey. Das muss ja erste Folge gewesen sein. So, das sieht hier ja alles sehr, sehr cool aus. Aber bringt uns natürlich jetzt erstmal nicht weiter. Wir müssen nach unten fallen, stand da. Ah, okay. Der Wasserfall ist neu, also vermute ich mal. Ah, okay, ich seh schon. Der Raum ist definitiv... Nein! Das beantwortet dann definitiv auch die Frage, ob dieser Hinweis sich nur auf das Candyland-Biom bezieht oder auf die ganze Map, weil dann natürlich die... Das ist gar nicht so einfach, ey. Boah! First Try, Leute. Ganz easy hab ich das gemacht. Ben's Straw Marker. Boom. Chocolate-Marker. What else is chocolate? Was ist noch aus Schokolade? Dieser Schokoladen-Springbrunnen im Candyland, den haben wir doch schon gesehen. Aber ich hab da eigentlich geguckt, da war nix. Aber der muss ja da sein, weil das ist wirklich das Einzige aus Schokolade auf der ganzen Map, denke ich. Zumindest könnte ich mich jetzt nicht an was anderes erinnern. So, das heißt, wir nutzen diesen Trick hier wieder aus, springen hier hoch. Kann man hier vielleicht hochklettern? Das haben wir noch nicht ausprobiert. Nee, schade. Dass es hier diese Dinger gibt, ist halt auch auffällig, ne? Aber schade nix zu bedeuten. Das ist ja auch... Könnte auch Schokolade sein, ne? Aber mit Schokolade meinen die ja schon safe, dass ich meine... Das Ding heißt ja sogar Schokoladen-Dings hier, ne? Ja, Schokolade. Hm, der muss ja eigentlich hier drin sein. Hier finde ich jetzt auf jeden Fall nix, Leute. Es könnte aber sein, dass das hier auch Schokolade ist. Wir probieren mal... Ja, aber da kannst du ja nie und immer hinspringen. Das kannst du ja... Das kannst du ja komplett vergessen. Das ist viel zu weit. Was halten die denn davon? Das ist doch der Schokoladen-Marker. Eindeutig. Okay, warte. Der ist also genau an der Kante, denke ich. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie so machen... Bin ich richtig? Oh! Weil hier fällt man nämlich sonst runter. Haben wir damit auch 154, 155? Wir sind gut im Rennen, Leute. Mushroom-Marker. Located in Washaboo Kingdom. Das ist, glaube ich, noch einer, den wir vom letzten Mal gar nicht hatten. Ja, das ist dieser Static-TV. Das ist es noch, Leute. Mit diesem TV, man. Da ist noch was, was wir noch nicht gerafft haben. Vielleicht muss man bei einer richtigen Farbe drücken oder so. Ich drücke jetzt da einfach mal. Mal gucken. Warte, aber wir hatten doch schon so ein Störsignal mal, oder? Das könnte es doch sein. Weil das ist ja auch Static. Ist ja auch dieses Standbild. Aber jetzt kommt es natürlich gerade nicht, wenn man es einmal sucht. Vielleicht ist das auch selten. Oder? Vielleicht bild's mir ein. Ich denke, ich bild's mir ein, ehrlich gesagt. Wir müssen uns mal merken, ob die Farben wieder von vorne beginnen. Wir waren auf jeden Fall bei braun. Wir hatten braun. Okay, Leim, Giftgrün. Das können wir uns gut merken. Wir waren auf jeden Fall bei Giftgrün. Mal sehen, ob die Farben sich hier doppeln. Ja, okay. Da war auf jeden Fall wieder Giftgrün. Da war wieder... Ah. Boah, der Raum sieht aber auch wild aus. Static-Marker. Jawohl. Uff, wir kommen immer und immer. Oh, Eiscreme. Inside Testarance. Seht ihr das? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bug, ne? Wartet mal. Ah, ha, ha, ha. Tribescope-Marker. Okay, sorry. Ha, ha, ha. Ich bin sehr gefreut. Candycare-Difficult-Hard-Ords. Kommen wir hier in diesen Ultra-Try-Hard-Bereich. Uff, weiß ich nicht, ey. Zen-Marker, auch heftig. Fragt mich nicht wie, aber ihr seht ja dieses Skull-Emoji. Das ist ein Emoji auf dem Handy, beziehungsweise PC. Den müsst ihr jetzt einfach in den Chat eingeben. Und dann habt ihr den. Tja, geile Arge, Leute. Was das angeht, hatten wir auch den richtigen Riecher tatsächlich. Aber man muss die Leboutins auch in der richtigen Reihenfolge drücken. Die aber irgendwie nichts mit der Farbe zu tun hat, die man da sieht. Deswegen, keine Ahnung. Man fängt nämlich mit Blau an. Ich verstehe es auch nicht. Oder man... Na, nee. Ich glaube nicht, Reihenfolge ist nicht wichtig, sondern Zeit ist wichtig. Du musst die schnell hintereinander drücken, die vier Boutons. So, das heißt, wir haben jetzt hier den zweiten. Der dritte war... Da müssen wir über den Zaun, beziehungsweise können wir ja nicht über den Zaun. Das heißt, wir müssen einmal außen ringsher... Nein, ey, nicht keine Pause machen. Dann hier außen ringsherum. Und hier ist der dritte. Und der vierte war im Hau. Ja, ja, neben dem Fernseher, neben dem Fernseher. Dann haben wir alle vier gedrückt. Das ist... Also, ich meine, viel schneller geht es ja dann auch nicht. Oder wir machen den Laufweg nochmal besser. Und jetzt müssen wir hier lang. Und jetzt sollte die Tür eigentlich offen sein. Ich bin gespannt, welcher sich dahinter versteckt. Die ist nicht offen, ey! Die Reihenfolge auf der Tür war ja... Rot, Blau... Mann, ich will meinen Charakter schaffen, die einfachsten Sprünge hier nicht, ey. Manchmal denke ich auch, ich schaffe weniger Sprünge, weil ich den kleinen gemacht habe. Ohne Witz. So, Blau... So, und jetzt war es... Äh... Gelb... Gelb war hier in der Ecke, denke ich. Ja, Rot, Blau, Hammer, Gelb... Genau, jetzt ist hier Gelb. Äh... Zack, und jetzt grün. Grün war... Da, genau... Genau da. Genau da ist der grüne Lepouton. Da sehen wir ihn auch. Dann haben wir die Buttons in der Reihenfolge gedrückt. Und dann sollte sich doch Simsalabim endlich mal diese verdammt verfluchten Meier... Das ist doch der Sau, den ich hören will, Leute. Jawohl. Sehr schön. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das hier gemeinsam durchgestanden haben. Es war auch nicht einfach immer mit dieser Tür. Ich gebe es ja offen zu. Oh, es wäre jetzt aber doch fast, dass ich den Sprung nicht geschafft hätte. Komm her, mein Guter. Ja, der Gummibär-Marker. So ein Ding. Haha. Boah, wir haben wirklich sehr viele geschafft. Guckt euch mal, wie viele hier grün sind, ey. Geil. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ja. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bis morgen, euer Benzon. Ciao.